Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du als Hochsensible eine Überforderung von zu vielen Reizen erfolgreich überstehst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Auch ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Karin, hochsensibel und trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ja, im heutigen Video geht es nochmals um Hochsensibilität und über die ständige oder über eine Reizüberflutung. Und für die neuen Abonnenten oder für die Zuschauer, die mich noch nicht kennen, meine Videos laufen immer ziemlich ähnlich ab. Das heißt, am Anfang erzähle ich etwas über das Material und dann während des Malens über das eigentliche Thema. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen Umsetzung, bei deiner persönlichen Umsetzung und bis gleich. Ja, du siehst, hier jetzt, ich fange auch an natürlich mit dem Zirkel und Lineal, also eher unüblich für mich. Und ziehe Kreise, du kannst einen inneren Kreis ziehen, wenn du magst, muss aber auch nicht sein. Vom Papier her empfehle ich dir ein bisschen Dickeres, sofern du mit Aquarell malst. Und jetzt vom Muster her oder von den Blumen, du kannst ja auch gerne irgendwo Skizzen aus der Zeitung oder einfach Blumenbilder als Vorlage nehmen. Ich habe das jetzt einfach mal so aus dem Steg greifen, mir war so danach. Ich male jetzt nicht so häufig Mandalas. Also da gibt es mit Sicherheit noch außergewöhnlichere Muster. Ich wollte es einfach halten. Es geht ja um Reizüberflutung. Und da wollte ich mich jetzt auch nicht, auch noch beim Malen oder während des Malens unter Druck setzen. Und wenn du mich schon länger oder wenn du schon mehrere Videos gesehen hast von mir, ich arbeite gerne mit Aquarell aus der Tube. Die sind mir persönlich am liebsten. Also auf diesem oder in diesem Bild werden Aquarell aus der Tube verwendet. Aber auch Stifte, Bleistift und Aquarellstifte. Also alles, was mit Wasser vermischbar ist oder mit Wasser vermischt werden kann, richtig ausgedrückt. Ja, und hier siehst du, fühle ich mich gerade mal so ein bisschen rein in das Mandala. Von den Farben her, ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist so ein Hü und Hott hin und her ein bisschen. Also rein fühlen. Ach ja, und da soll die Reise hingehen. Das ist ein älteres Mandala von mir. Und Mandala malen stärkt auf jeden Fall so die innere Struktur. Mandala malen gibt dir Kraft. Es macht unglaublich viel Freude. Und gerade hochsensible Menschen, gerade in der Sommerzeit, ist es ja häufig so, dass das Nervenkostüm völligst überlastet ist. Ja, Mandala malen macht Spaß. Also ich wiederhole mich jetzt zwar und wirkt sich entspannend auf Geist und Körper. Und lass dir Zeit. Es muss nicht an einem Tag fertiggestellt werden. Ja, ich finde es eher spannend, wenn man sich da so paar Tage, paar Abende oder auch paar Morgen, morgendliche Zeiten einplant zum Mandala malen. Du wirst es merken. Ja, wenn du mehr über heilsames Malen und Hochsensibilität erfahren möchtest, habe ich dir hier einen Link vorbereitet zu einer Playliste mit noch sehr spannenden Videos zum Thema HSP und heilsames Malen. Ja, ein Merkmal von hochsensiblen Persönlichkeiten ist ja, dass Feinheiten in der Umgebung viel stärker wahrgenommen werden. Und auch dieses Nachheilen, Reflektieren, also einen Tag, einen Tag mit vielen Eindrücken, da brauchen wir HSPler einfach wesentlich mehr Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, also das ganze Nervensystem ist ja, bei mir ist es auf jeden Fall so und bei vielen anderen ja auch, ich arbeite ja mit vielen Hochsensiblen, ist es tatsächlich so, dass das Nervensystem insgesamt empfindsamer ist. Und natürlich wusste, oder bei vielen, man wusste es ja früher nicht, man hatte ja keine Ahnung von Hochsensibilität und dann kamen natürlich schon immer so Statements, bist du zu sensibel oder jetzt stell dich nicht so an oder als Kind hat man meiner Mutter gesagt, mit dem Kind stimmt etwas nicht und es kam sogar aus der eigenen Familie. Also mit dem Kind stimmt etwas nicht, weil ich sehr verschlossen und auch schüchtern war. Und mir persönlich hilft es oder hat es als Kind und auch als Jugendliche unglaublich gut geholfen, eben zu malen. Ja, also ich habe auch meine Suchterkrankung, meinen Alkoholismus und Drogenabhängigkeit, konnte ich tatsächlich, also zum Stillstand jetzt nicht, da hat es natürlich schon ein bisschen mehr braucht wie eine Therapie, eine Drogentherapie. Aber eben nach der Therapie, die eigentliche Therapie beginnt ja immer nach der Therapie, so gesehen, da habe ich dann wieder zum Malen begonnen. Und ich sage, oder ich behaupte ehrlich, ohne die Malerei hätte ich es nicht hinbekommen. Und das Gleiche gilt für Hochsensibilität. Also als ich trocken und clean wurde, wusste ich es auch noch nicht. Das kam dann viele, viele Jahre später, ist mir dann schon irgendwann aufgefallen, Mensch, ich höre alles, was ist denn los mit mir? Mit mir stimmt etwas nicht. Immer so dieses Gefühl, ich bin anders, mit mir stimmt etwas nicht. Das verfolgt ja viele Hochsensible seit ihrer Kindheit. Aber mit uns stimmt alles und dann kam ich eben drauf, dann bekam diese Andersartigkeit einen Namen, HSP. Und heute bin ich dankbar dafür, dass ich weiß, was mit mir los ist. Und ich denke mal, die Zuschauer von meinem Kanal sind teilweise auch happy, beziehungsweise, wenn ich dann persönlich mit einigen arbeite, dass man weiß, okay, das hat einen Namen und mit uns stimmt alles. Ja, es ist eine wundervolle Gabe, aber jedes Ding hat zwei Seiten. Das heißt, ich kriege viel mit. Meine Sinne sind geöffnet. Ich bekomme den kleinen Piepmatz vorm Fenster genauso mit wie eine Zigarette, die, was weiß ich, gequalmt wird. Na ja, ich würde mal sagen, manchmal sogar 500 Meter von mir entfernt. Also wenn der Wind gut steht, wurde gemerkt. Das heißt, ich kriege alles mit. Das heißt, wir sind wieder bei beiden Seiten. Ich kriege die Schönheit mit, aber natürlich auch stören mich viele Dinge. Und da helfen Mandala. Da hilft Mandala malen ungemein. Ja, und meine Empfehlung für dich, plane die Zeit ein mit dir, mit dir und deinem Mandala, mit Mandala malen. Trag sie, wenn es nicht anders geht, in deinen Terminkalender ein. Ja, und male regelmäßig. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und hier wird es jetzt schon richtig hübsch, bunt. Also mich beruhigen sie. Du musst, äh, müssen ist kein schönes Wort. Lass deine Kreativität spielen, ja. Es gibt unglaublich viele Vorlagen für Mandala. Ich empfehle dir trotzdem, wenn du öfters malst, kreiere deine eigenen Mandalas. Ja, das macht einfach mehr Spaß. Und so große gibt es ja auch nicht zum Ausmalen. Also wenn es die zum Kaufen gibt, das sind so kleine Fuzelchen, da mit DIN A5 und DIN A4. Ach Gott, das ist, das macht ja keinen Spaß. Also, vom Papier, ach ja nochmal, es ist 300 Gramm Aquarellpapier. Also, ruhig, schönes, dickes Papier verwenden. Und, also, spiel damit, ja. Dein Innerstes, deine Gabe, deine Hochsensibilität wird dir immer diesen Weg zeigen. Ja, die wird dich, äh, dich wissen lassen, was gut ist für dich, wo du dich zurückziehen solltest, welche Menschen gut für dich sind, welche Situationen du ihm vielleicht mal bleiben lassen solltest. Und sie wird dir sogar, oder wird dich sogar, äh, informieren. Das spürst du über Bilder und so weiter, oder über Gedanken. Auch Essen. Essen ist ein Thema für hochsensible Persönlichkeiten. Essen, Medikamente. Wenn du möchtest, gib in einem Link gerne mir Bescheid, ob ich da mehr dazu erzählen sollte. Gerade, Hochsensibilität und Medikamente ist eine ganz, ganz heiße Kiste. Auch Lebensmittel. Also, ich, äh, vertrag mittlerweile keine, äh, oder anders ausgedrückt nur noch natürliche Lebensmittel. Ja, ich hoffe, ich konnte dir paar, paar wertvolle Inputs geben. Wenn dir das Video gefallen hat und du einmal an einem Workshop heilsames Malen teilnehmen möchtest oder eine Einzelberatung wünscht, dann verwende den Link in der Beschreibung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung und ich würde sagen, bis bald. Deine Karin Ja, ganz vite.